Wir dürfen diese Videos hier genießen und möchten auch noch einmal verdeutlichen, dass ihr sowohl abonnieren solltet, die Glocke aktivieren solltet, als auch einen Kommentar dann lassen solltet. Ihr habt es einfach nicht. Sie müssen doch ein Mensch sein. In Ihnen muss doch irgendwo ein Stück Mensch sein. Aber wissen Sie, wie oft ich solche Telefonate führe? Ist er richtig? Aber ich sehe doch sogar meine Fehler ein. Ich will mich ändern. Ich mache doch alles dafür. Ich will doch nur eine Nachprüfung. Im nächsten GWT. Ich will doch nur eine Scheißladung. Ich will einfach mal an. Was ist hier los? Was geht denn jetzt auf? Ich nehme auf. PD ist da. PD, die hauen ab, 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 die hauen ab. Die werden gefickt. Die werden gefickt. Ihr werdet gefickt, Junge. Ich habe eins von Britney Spears. Was soll das kosten? 2,4 Millionen. Du weißt, das ist mit Echtheitszertifikat. Da klebt sogar ein Schamhaar von mir dran. Was lässt du denn? Du, das warst nicht fertig. Genau so. Und ne, wie hast du getrunken vom Fahnen? So, ich hier und jetzt. Shit. Oh! Scheiße. Alter. Das war eine Eurovision hier. Das Symbol hat es genau gezeigt. Nein, oh mein Gott, Sushi, nein, oh. RIP. Moin, moin, Kerlos. Moin, moin, Kerlo. Hallo, ich bin NRW, NRW-Karra, alle. Und ich begrüße euch auf jeden Fall zu meinem heutigen Stream, mein Kerlos. Sie sagen gar nichts, Sie sagen... Sind Sie nicht zu aggressiv, soll ich Sie festnehmen oder was? Nein, Herr Officer, Herr... Andersrum. 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 Hä? Nee, so rum. Andersrum. Ja. Sie hören nicht zu, Sie sollen die Kollegin angucken, haben wir gesagt. Ich stehe, ach so, ja, okay. So, jetzt ein aller, allerletztes Mal, bevor ich mich vergesse, Mann. Hörst du das? Ey. Wir nehmen das ganze Anwesen auseinander. So, egal, gehört uns. Was, wo bist du? Ach, hier. Oh, hier ist eine Uhr, ne? Warte, kannst du, ich mach das. Ey, hier steht so eine Katze, Bruder. Mach das schon wieder mit. Ah! Wo bist du denn? Ja, ist das nicht schön? Spaziergang auf einer verfickten Einsam-Insel. Komischerweise, dass du so eine Familie auch nicht hast. Ja, egal, wo man ist. Ja, das ist meine Empeeren-Pliegen. Hm? Flieg tiefer, flieg tiefer, da ist ne MP. Ich hab sogar einen großen, ne? Ich hab sogar einen großen, ne? Ich kenne mich nicht. Lupe. Olivia? Ja, ich... Weißt du mir... Willst du mir sagen, dass ich recht hab und ich hätte fliegen? Hat die mich genixt? Ich spreng dich um. Hier gibt's keine Gesetze. Also, Uwe. Ja, bitte. Ich wollte dich schon mal fragen. Warum gehst du LZN? Was ist da los? Was treibt dich dazu? Was ist LZN? Ich möchte nur Geschäftsmann aus Rockfahrt werden. Ach, du Scheiße. Fühlst du dich da so wohl, oder was? Bei den Geschäftsmannern. Ja? Ja, warum? Jiga, mach doch nicht den Fehler des Jahres. Hä? Uwe. Warum Fehler? Du weißt doch, was dich beglückt. Was denn? Ich und meinen Penis nicht. Ja, du? Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Warum machst du so, Pommes? Warum spielst du mein Gefühl? Uwe. Ich will dir vertrauen. Ich will gar nicht mehr vertrauen, Pommes. Ja, aber du musst doch zu mir kommen, Leian. Mein Gott. Wie zu dir? Ja, komm zu mir. Komm, 893. Das kannst du sogar noch präsenten, Junge. Ach. Nee. Pass auf, ich sag dir so. Das soll ich dir nur ein einziges Mal. Okay. Verstanden. Und ich wiederhole das nochmal. Ich hab kein Wort verstanden. Jetzt musst du es aber kapiert haben. Hör mal, das hat keinen Sinn, ne? Der will nicht lernen, ne? Er will laufen. Dann drehen sich bitte um, der Herr. Dann drehen sich um. Ja. Andersrum. Nehren sich um. Ich bin noch umgedreht. Andersrum. Hörst du nicht zu, oder? Ah. Tut mir leid. Dann versteht er nicht. Ja, du. Der will nicht zu. Der will nicht verstehen. Will er nicht verstehen. Nee, will er nicht. Der lernt nicht. Ja, dann machen wir es selber, der Herr. Ja. Nehren sich ja mal um. Kurze, kurze Frage. Wie sieht es denn aus hier mit dem Herrn Milo Cannavaro? Den haben wir jetzt soweit hier. Da wurde ja gesagt, dass bei ihm der RTS durchgeführt wurde. Und dass dann seine weißen Fahrzeuge kam. Was man mal zum Beispiel? Mr. Dumor, ich komme gleich zu dir. Einen Moment. Hey, warum wird der jetzt festgenommen? Ja, gut. Dann machen wir halt nichts. Danke. Hey, hallo, hallo. Sie bleiben stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Ja, ich bleib doch stehen. Ich werde Sie einmal festsetzen. Bleiben Sie mal stehen. Drehen Sie sich mal oben. Ich mach doch nichts hier. Egal, den Hund habe ich gefickt. Den einen habe ich gefickt. Bitte, Rocco. Bitte, Rocco. Jo, du kleiner Opfer, Digga. Hier, Junge, hier, ja, hier, Digga. Nerv mich nicht, Junge. Er liegt auch. Ich bin unter anderem dabei, Junge, wir straffen euch. Hier, hier, bin ich noch unterwegs. Oh, 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 oh. Also, die stellen sich nochmal nördlich aus und probieren uns von oben hier zu pushen. Die probieren den High Gorn einzunehmen. Pass bitte auf. Gegen wen von oben? Vor Grün. Scheiße. Nicht in die Regie hinein. Nicht schnell gegen den Autobesetzungen hier anfahren, meine Fresse, ey. Wo Richtung Norden, sagst du? Ja, Richtung Norden. Und einer ist noch an der Kreuzung. Und einer ist noch an der Kreuzung, die wir den Power dargestellt haben. Die sind im Orten gerade. Versuchen wir uns hin zu backsteppen. Die sind erst nicht mal Weinbott hier. Ja, 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 komm zurück nach Weinbott. Zu backsteppen. Ey, geht dann, die Kahn, die knallt da rein. Ich muss schnischen, die Gäste, das ist stumm. Hä? Digga, was los? Der ist unbesiegbar. Der ist unbesiegbar. Der ist unbesiegbar. Der ist unbesiegbar. Der soll da, der zahlt schon wieder auf uns. Der Prediler, feuchtes Dach. Oh mein Gott, der ist unbesiegbar. Hier Richtung Norden, die landen auch auf dem Staatsbankdach oben, was Richtung Staatsbank ist, sind sie mit dem Superbolete gelandet, haben das auch eingenommen, zusätzlich. Hier ist die Zentralbank, wie kann ich ihm helfen? Hallo. Hey, yo, Donnie, weißt du was? Nichts. Ha, 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 ha. Was? Verkleidet Drecksau, niemand kann mich hier nixen, ja? Wovon redest du? Hm? Wovon redest du? Du bist gerade allein gleich, Alter. Bist du ein verrückter, oder was? Was ist passiert? Äh, nochmal, nochmal, also nochmal, wir spüren nochmal zurück. Äh, Donnie, weißt du was? Ja. Nichts. Ich wusste es auch, der kleine Drecksau. Ehrenmann. Wallah, Ehrenmann. Wo kommt der denn her? Der hat sich eiskalt drangeschlichen. Das freut mich live, Tony. Ey, Junge! Warum? Punkt-Schmuck wiederholen. Kann ich nicht. Jo, was bist du für ein 30er-Jule? Ah! Was ein 30er-Juler. Was ein 31er. Ich rieche Michael Jackson-Verföl. Herr Breitenberg, kann ich ihm mal durch die Haare wuscheln? Nein. Kann ich ihn durch die Haare wuscheln? Ja, nicht vor allem. Ich will mal gucken. Oh, Gott. Ach du mein Gott. So, Kerl. Was haben Sie überhaupt alles für Frisuren? Herr Breitenberg. Viel Spaß mit deiner neuen Frisur, mein Lieber. Schulte. Hau rein. Äh! Alles gut, Digger? Was war das denn? Ja, geht so. Hey, Vicky, grüß dich, Ole. Danke, danke, danke. Danke, danke. Da war ich schnell, wo uns an. Ja, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. War los, war los, war los. Um rein, Vicky. Ne, Feuerabend, bist du drin? Ja, 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 ja. Fahr, Ulle, fahr, fahr! Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, hinter uns. Ja, mir ging es so rum. Oh, Drehum, 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 ja, den hol mal, hol mal, bleib drin, bleib drin. Wollen wir den Krieger bei der Masse bleiben? Ach, scheiß auf die Masse, wir ficken den, da, da. Der ist zu schnell für uns. Ja, kannst wieder umdrehen. Oh, nachladen, so, warte. Ich bin einfach mitten rein. Ich seh schon, eh schon, ich klöpfe schon gegen jeden scheißen Baum oder gegen Hausmann. Mitten rein. Ja, direkt hier unten, würde ich sagen, oder? Wo? Komm, runter, 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 runter. Land hier auf dem Dachtigel. Man, kommt sein Ur-Rot-Fahrer. Wo bist du? Ich bin unschön. Aber drin, oder? Ja, ja. Okay, okay. Hatte ich mir die Lendage gelacht. Ich bin nicht die Schilder, die ich. Ich bin nicht die Schilder. Untertitelung im Auftrag des ZDF für den. I might just die in a mosh pit